Die Katze hat ihr Ziel fest im Blick. Sie möchte hoch hinaus. Als eine Meisterin im Zielsprung sind ihre Körperteile dafür perfekt aufeinander abgestimmt. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.